Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich seine Kaminscheibe reinigen und somit natürlich auch das verruste Ofenglas richtig putzen kann. Wenn du Bock da hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Natürlich gibt es die verschiedensten Möglichkeiten für die Reinigung unserer Glasscheibe, doch ich persönlich bin einfach ein großer Freund von ganz normaler Holzasche aus unserem Kamin. Und hierbei ist natürlich wichtig, dass da nicht irgendwelche Nägel oder sonstige Sachen mit drinnen sind. Und deswegen also mal eine Schüssel mit Wasser bereitstellen, dann nehme ich einfach mal zwei bis drei Lagen von ganz normalem Küchenpapier. Und wer natürlich nicht so dreckig werden will, der sollte am besten auch noch Handschuhe anziehen. Und als nächstes können wir nämlich dann auch schon unser Küchenpapier etwas in das Wasser hinein tunken und einfach auch mal in der Asche etwas reingeben. Mit dem Tuch jetzt in kreisförmigen Bewegungen über unsere verruste Glasscheibe gehen und die Asche hat einfach den Effekt, dass sie den Ruß richtig schön runterschmiergelt, ohne unsere Scheibe irgendwie zu zerkratzen. Den Vorgang wiederhole ich jetzt so lange, bis meine Scheibe auch schon grob sauber ist. Und danach nehme ich mir dann einfach mal nochmal ein sauberes Küchentuch zur Hand und schaue, dass ich meine Scheibe einmal trocken säubere. Natürlich können wir zum Ende hin ein Tuch auch nochmal etwas nass machen, um wirklich die letzten Verschmutzungen ordentlich von der Scheibe runter zu bekommen. Ich würde sagen, das Ergebnis kann sich auf jeden Fall sehen lassen, falls du jetzt aber trotzdem noch einzelne Stellen hast, die einfach schon zu sehr eingebrannt sind. Dann gibt es natürlich auch noch speziellen Kaminscheibenreiniger, der einfach nochmal aggressiver wirkt. Oder aber du kannst auch ganz einfach mal die entsprechende Stelle etwas nass machen, gehst in deine Küche und holst dir mal so einen Ceranfeldschaber. Denn damit kann man normalerweise auch so kleine Flecken wirklich super entfernen. Und somit haben wir jetzt auch schon unsere Kaminscheibe hier wieder richtig gereinigt. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens einen speziellen Kaminscheibenreiniger, einen Ceranfeldschaber oder auch gleich Ersatzklingen hierfür zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Also, wenn du mir gerne einen Daumen nach oben hast, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben.